Die Vorfreude ist riesengroß. Vielleicht ein bisschen zu groß. Du hast dieses neue Produkt gekauft und kannst es gar nicht abwarten, es endlich einzuschalten und zu benutzen. Und dann das. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Wo muss denn die SIM-Karte rein? Und nun, wer hilft dir jetzt? Na ist doch klar, wer Technikhilfe benötigt, der klickt sich auf www.nu-how.com rein. Schau am besten in den Fragestream und stell deine Frage dort. Denn hier bekommst du die Hilfe, die direkt auf dein Problem zugeschnitten ist. Nachdem du deine Frage veröffentlicht hast, musst du nur noch warten, bis jemand aus der Community dir so lange hilft, bis sich dein Problem gelöst hat. Der Nu-how-Fragestream, weil wir dir helfen wollen.